Es gibt Sachen, über die darf man nicht reden. Sachen, die früher passiert seien. Aber dass man nicht drüber reden darf, das heißt nicht, dass man es je vergessen kann. Es gibt nämlich Sachen, die lassen sich nie mehr vergessen. Wer bist du? Ryder. Was willst du da bei uns? Wir machen also Bilder mit so einem Kasten. Du hast dich schön kümmern, Armeen. Aber nicht zu schön. Und du kommst echt aus Amerika? Ja. Gibt es da wirklich Indianer? Und wieso sprichst du dann Deutsch? Die Männer. Wer sind die? Die Söhne. Brenner bauen. Bist es du? Und deine Mutter? Von da an hat es nicht mehr lange gedauert. Wir sind lang bei uns, die Winter. Bevor es finster geworden ist. Bei uns im Toll. Ich möchte beichten. Ich habe das Muttergebot gebrochen. Ich habe getötet. Wer bist du? Das, was damals geschehen ist, das erzählen sie gleich heute nur. Wann ist die Hochzeit? Heute. Ich will, dass du's bist. Tanz! Die Totenglocken. Sie werden kommende mich suchen. Ich will ihn lebend. Die werden zu uns, keiner. Nein, ich komme zu denen. Die Freiheit ist euer Geschenk, das sie nicht jeder gern machen lasst.